Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Crypto Update Video. Bitcoin bei 41.300 US-Dollar. Wir haben unseren provisorischen Abverkauf, über den wir gestern oder schon die ganze Woche darüber gesprochen haben, erst einmal bekommen. Wir haben die Marke von 41.300 US-Dollar unterschritten und sind in der Spitze auf 40.600 US-Dollar runtergefallen. Haben dann so einen kleinen doppelten Boden mittlerweile gebildet. Ob das jetzt schon der endgültige Boden ist, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update nochmal ein bisschen genauer angucken. Wir werden natürlich nochmal auf Ethereum schauen und auch mal auf die Stockmärkte, ob sich denn da irgendwas getan hat. Bevor wir hier starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signal Gruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr das Ganze auch traden wollt, kann ich euch nun meine Partner-Börse Bingix empfehlen. Dort kriegt ihr mit dem Link unten dann die 10% Rabatt noch auf die Gebühren. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 41.300 US-Dollar. Wir haben eben unseren Abverkauf gestern gesehen mit einigermaßen viel Volumen. Wenn wir das schon für die letzten Tage sagen dürfen, war das schon sehr, sehr viel Volumen. Also überraschend viel. Hat natürlich auch damit zu tun, sobald wir hier einerseits gestern diesen Wig hier gefüllt haben bei 42.000 US-Dollar und dann auch die anderen Zonen, die hier gebildet wurden über die letzten Tage. 41.300 und natürlich hier auch nochmal die 41.300, hier waren es 41.700, sorry. Und dann eben hier unten die 41.300. Das waren ja die wichtigen Zonen, wo nochmal einiges an Liquidität theoretisch gelegen hat. Plus wir haben hier unten noch unsere Marke bei knapp 40.360 US-Dollar grob. Die wurde aber momentan noch verfehlt, das heißt, die ist im Laufe des Tages auf jeden Fall noch drin oder wäre meiner Meinung nach immer noch das Mindestziel. Auch wenn das jetzt hier, sag ich mal, zu 90% mittlerweile dieser Wig gefüllt ist, ist der mir immer noch ein bisschen zu lang und diese Zone hier unten ist mir einfach ein bisschen zu markant mit diesen Lows, weil wir eben hier nicht nur einen Wig haben, sondern wir haben hier drüben noch einen, plus hier noch, plus noch so eine minimale Ineffizienz, die dann grob bis 40.100 US-Dollar geht. Das heißt, für den heutigen Tag, dadurch, dass wir ja sowieso Freitag haben, weniger Liquidität, wir haben kaum News, haben wir gestern drüber schon oder die ganze Woche drüber schon gesprochen, dass auch heute überhaupt keine News kommen, bis auf die Erzeugerpreise in Deutschland, aber das juckt die Amis, ein Scheißdreck, was in Deutschland abläuft, so auf Deutsch gesagt, sorry dafür. Aber deswegen glaube ich, dass wir heute im Laufe des Vormittags oder vielleicht auch erst Nachmittag dann nochmal so eine kleine Erholung kriegen, zumindest mal bis ins Golden Pocket hier. Das wäre so der erste Step, die 42K, wenn nicht sogar 42.300 US-Dollar. Das wäre so der erste mögliche Move nach oben, wenn er es denn mal einzeichnen würde. Dankeschön, dass wir nach oben gehen und von hier aus dann nochmal ein tieferes Tief reinkriegen mit einer Bullish Divergence und dann nächste Woche zumindest mal eine Erholung in Richtung 45.000 US-Dollar sehen können, weil durch dieses neue Tief verschieben sich natürlich auch jetzt langsam unsere Level. Das 05 liegt jetzt bei 44.800, das Golden Pocket liegt bei 45.800 US-Dollar. Also es nähert sich langsam so dieser möglichen Zahl und wenn wir jetzt nochmal das FIP-Level minimal tiefer setzen, das heißt bis zu der Tiefe, wo ich wirklich davon ausgehe, dass dann eine Trendwende kommt, würde das Golden Pocket hier oben perfekt mit der Ineffizienz nämlich über abschließen. Also das heißt kurzfristig auf jeden Fall jetzt mal im Laufe des Tages, dass wir hier zumindest mal eine kurzfristige Erholung kriegen, das heißt auch den Abverkauf von gestern erst einmal wieder mit Liquidität hier füllen, dann wieder durch ein tieferes Hoch, was wir gebildet haben, dann den nächsten Abverkauf sehen und dann endlich mal diese Wicks hier unten zumindest mal abfüllen, dann zumindest mal eine Pre-Rally sehen bis ins entweder 05 oder sogar bis ins Golden Pocket nach oben hin und dann nochmal ein größerer Abverkauf. Wo wir dann unseren Boden finden, wird sich zeigen, ob der schon bei 38k ist oder ob wir dann wirklich erst hier runter ins Golden Pocket zwischen 27.000 und 28.000 US-Dollar fallen. Ist alles noch Zukunftsmusik, aber kann bis zum Halving natürlich alles dann noch kommen. Gerne mal eure Meinung unten reinschreiben, was ihr davon haltet von dieser Idee. Shorten würde ich es nicht unbedingt, ich bin jetzt eher wieder langsam auf dem Long Trip, vor allem weil sich auch die Indikatoren langsam aber sicher jetzt alle abgekühlt haben. Wir haben hier zwar schon eine kleine Bullish Divergence, ich würde mir trotzdem wünschen, eben erst noch auf dem 4-Stunden-Chart diese Liquidität hier unten noch abzuholen und dann erst mit einer kleinen Long Position hier oben aufzubauen und dann können wir, so wie wir es gestern eben besprochen haben, hier oben dann einen Short reinsetzen und dann möglicherweise bis zum Bottom runtershorten. Das erstmal jetzt zu Bitcoin, gehen wir rüber zu Ethereum. Ethereum hat im Endeffekt auch das gleiche komplett abgeholt, also auch hier hatten wir gestern darüber gesprochen, dass vor allem das 05, das erste Ziel ist, das erste Mal die Marke von 2440, der Retest wirklich erfolgreich, muss man wirklich sagen, also der ehemalige Widerständ, den wir hier hatten, das heißt vorher war hier eine Ineffizienz und dann hier immer die Widerstandszone hat er jetzt perfekt als Support gehittet, also auch hier kannst du jetzt erst einmal in den nächsten Stunden einen kleinen Aufwärtstrend nach oben hingeben, wie weit dieser stattfinden wird, das müssen wir uns da nochmal ein bisschen genauer angucken. Ansonsten gehe ich aber auch hier davon aus, sollte Bitcoin dann möglicherweise kleine Trendwände machen, dass wir dann auch hier nochmal runter ins Golden Pocket gehen bei ungefähr 2360 US-Dollar und dann wieder eine neue größere Aufwärtsbewegung kommt, also 1 zu 1 wie Bitcoin. Ich denke momentan nicht, dass wir hier eine fette Altcoin-Season sehen, da spricht auch weiterhin die Bitcoin-Dominance nicht wirklich dafür, wir befinden uns hier weiterhin in einer Akkumulationsphase oder beziehungsweise Seitwärtsphase bei der Bitcoin-Dominance. So, dann gehen wir mal rüber zu den traditionellen Märkten, hier haben wir jetzt einen perfekten Hit ins Golden Pocket, ja, haben wir ja gestern darüber gesprochen beim S&P 500 gesehen, perfekter Hit und dann ging es sofort wieder nach oben, also All-Time-High ist weiterhin hier die Zone, ich hoffe ehrlich gesagt nicht, dass wir das heute am heutigen Freitag erleben, ich glaube, ich hoffe eher Richtung Montag und wenn wir uns den Nasdaq angucken, gleiches Spiel hier haben wir sogar und das ist jetzt das Krasse, sogar ein neues All-Time-High erreicht. Verstehe ich überhaupt nicht, was hier momentan so ein bisschen abläuft, aber gut, S&P 500, darauf warte ich einfach, dass wir hier möglicherweise entweder heute, was ich nicht hoffe, oder dann wie gesagt am Montag, Dienstag, dann endlich einen All-Time-High sehen. Unser DAX-Trade läuft weiterhin, wir haben ja gestern zweiten Take-Profit genommen, momentan Stop-Loss-Entry, das heißt, sobald wir hier auf 16.700 Punkte gehen, werden wir hier ausgestoppt und bei Gold hat sich gestern auch nichts mehr getan, auch hier warte ich noch ein bisschen darauf, könnte mit steigenden Märkten heute nochmal der Fall sein, dass wir bei Golden Abverkauf sehen, die Ineffizienz hier unten schließen, bei 1.997 dritten Take-Profit nehmen und dann möglicherweise heute die Long-Position verdoppeln. Also, es tut sich langsam wieder was, nicht nur im Crypto-Space, dass wir jetzt sagen können, okay, da und da gehen wir möglicherweise Long oder sogar wieder Short, es tut sich endlich mal wieder was, auch wenn die Woche sehr, sehr ruhig war, was die News anbelangt, aber wir haben ja auch bald wieder, muss man ja auch dazu sagen, unsere FET-Sitzung, die momentan irgendwie offline ist, aber gut, ja, auf jeden Fall in zwölf Tagen, also ist dann auch übernächste Woche wieder der Fall, also auch da sollte dann langsam wieder ein bisschen Bewegung reinkommen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns später noch zum kleinen XRP-Update, wie jeden Freitag natürlich, neue Podcast-Folge kommt online heute um 12 Uhr auf Spotify, auf allen Portalen, also wenn ihr darauf Bock habt, hört euch die gerne an und ansonsten, ja, gerne weiterhin eure Altcoin-Wünsche reinschreiben, die machen wir jetzt dann die nächsten Tage und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Tag, einen erfolgreichen Tag, startet gut ins Wochenende und wie gesagt, kommt gerne in die Telegram-Gruppe rein, wenn ihr nichts verpassen wollt und dann war es das von mir, wir hören uns später auf jeden Fall wieder, bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto!